Und damit herzlich willkommen zurück bei Dayshift The Furious 3! Beim letzten Mal ist er die vierte Seele zu uns zurückgekehrt. Jetzt will Phone Guy was von uns. Da bin ich mal gespannt was er will. Und vor allem wichtig ist, dass wir wieder auch zurück in die Flipside kommen. Aber ich hab Vermutung, heute kommt noch mal Dave Trap. Bitte nicht vergessen, wenn ich es euch gemacht habe, klickt dann auf Abonnieren, Daumen hoch. Wär richtig geil. Okay Sir, ich bin bereit. Bereit für was? Hast du die notwendigen Vorkenungen getroffen? Er hat die Eingänge mit Beton versiegelt, mit einem Spachtelmix oder mit beiden. Mit einem Mix von beiden. Gut, der Ort ist versiegelt. Das ist schön. Das war's Phone Guy. Danke dir, Mitarbeiter. Oh, jetzt. Harry. Nenn mich Harry. Okay, Harry. Okay, Harry. Ich bin froh, dass ich mit dir zusammen gearbeitet habe. Selbst wenn du so ein steifer Telefonkopf im Anzug bist. Schau, Sir. Oh, er will uns was erzählen. Oh weh. Ja, er ist ein Firmenveteran. Er hat bei mehr Freys Locations gearbeitet, als wie wir überhaupt wahrscheinlich Locations besucht haben. Und dieser Ort, der hat hier den meisten Spaß ever gehabt. Ja, jetzt glaube ich dir, dass es insane ist, wie viel Spaß ihr habt. Ja, wir haben halt dies und das was wir machen müssen. Nicht ganz firmenkonform, aber egal. Aber lass das Leben ohne ein bisschen Spaß. Hast du recht. Sir, es war mir ein Vergnügen. Peter, du weißt, wie die Dinge jetzt ab hier laufen. Und er hat die Dinge also akzeptiert, den Weg, wie sie sind. Das ist das, was wir beide möchten. Der wird den finalen Ausgang noch versiegeln. Und wartet dann im hinteren Raum für den Showdown. Tschüss, Harry. Danke dir für deinen Service. Wiedersehen, Sir. Ja, wir sind auch sehr kind. Ja. Ich sehe dich auf der Flipside, Sir. Wo ist Stavetrap? Sollte jetzt nicht lange sein, bis Stavetrap wahrscheinlich auftaucht. Ich wusste es! Oh, Sport. Es ist ich, Dave the Springtrap Miller. Hi, Dave Miller. Ich mag Dave Trap immer noch. Das ist kürzer als wie Dave the Springtrap Miller. Wie soll ich hier für Dave Trap? Das ist kürzer. Bär bei sich auch einfacher im Kopf. Ich komme zurück. Ich bin immer wieder cool. Ich weiß, dass du immer wieder zurückgehst. Ich weiß, das langweilt langsam. Du bist spät, Dave. Du wirst gefeuert. Ja, ich kann ja nicht feuern. Du weißt, dass ich jetzt nicht mag, dass ich warten muss. Well, do you remember the last time we saw each other? Sportsy. And who said that I was outnumbered? Ja, ich habe ein böses Gefühl gerade. Natürlich erinnere ich mich daran, Dave. BAH! Well, now. Who's outnumbered? Boah, Alter! Boah, wir haben Faxi, Toy Chica, Mangle, normal Faxi, dann normal Chica dahinten. Bonny, Freddy, Golden Freddy, Bob, wir haben alles Mögliche an Fnaffi. Sportsy, ich würde dich, meine Arnie zu treffen. Wahrscheinlich die Dave-Army. Das glaube ich dir, dass du einen sehr beschäftigten Monat hast, wo du hattest. Ich habe so ein böses Gefühl, dass es nicht gut enden wird für uns. Robots besitzen von ihren Kindern. Robots besitzen von ihren Nachtmärchen. Das ist meine Arnie. Ich sehe deine Arnie. Ah, da ist Toy Freddy. Da ist das auch nochmal, Golden Freddy. Und jetzt gegen alle kämpfen, oder was? Das sieht sehr schlecht für uns aus. Ich habe die Frontkriege auf der Weg, auch. Also, wir können nicht fliehen. Du bist getrunken. Und jetzt, du wirst lernen, wie du es fühlst, wenn du alleine und outnumbered. Das ist echt so vorhersehbar, wie ich es mir dachte. Oh, und was meinst du mit dem? Siehst du gleich. Dave? Ich wusste von dem Monat exakt, wie ich dich konfrontieren muss. All das hier. Ein vorsichtig geschlüpfter Plan. Für dich. Um die Animatronics herzubringen. Du hast alle in einem Plan... Oh, oh. Nein, die wollen jetzt nicht das FNAF 6 Ende machen. Nein, die wollen jetzt nicht das FNAF 6 Ende machen. Weil es sind alle Animatronics an einem Ort. Die wollen das jetzt nicht wirklich machen, dass alles niederbrennt. Jeder Überlebende von Freddy's. Alle im gleichen Raum. Was sprachst du mit dem alten Sport? Ich hab das Gefühl, ja. Warte, ist das FNAF 6? Ja? Was? Ich schmier Gasolini. Ja, die machen das Ende, die machen das Ende vom FNAF 6. Aber einwandfrei. Doch, mit Fassbender's Fright hab ich Fehler gemacht. Ein Funhaus in einem Verflugungspark kaufen. Du hast so viele Möglichkeiten gehabt zu fliehen aus dem brennenden Gebäude. Dieses Gebäude habe ich von Grund auf designt. Dieses Gebäude wurde entworfen, um ein Grab zu sein. Dein Grab. Du bist derjenige, der gefangen ist. Du und jede verlorene Seele hier. Ihr werdet alle brennen. Könnt ihr das nicht sehen? Clever. Sehr clever. Ja, das war auch clever. Wir haben uns alle hier? Was? Es ist nur ein Fehler in deinem Plan. Old Sport. Es ist kein Weg raus. Oder jemand. Wenn du einen Mann schreitst, dann wirst du mit dem Rest uns schreiten. Das ist korrekt. Das ist der Plan. Auf Wiedersehen. Dave. Das ist tatsächlich, ja. Also, so ähnlich wie Fnaf 6 Ende, ja. So ähnlich. Wow. Ja. Du hast es einfach alles unten gefunden. Mit dir selbst drin. Habe ich gemacht. Ja, das habe ich gemacht. Um alle verbleibenden Seelen zu fangen. Die werden alle freigelassen, Dave. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist, jetzt. Ja, noch nicht ganz. Ja, wir müssen hier noch was anderes tun. Ach, stimmt. Äh, äh, Dave, äh, Dave Miller, äh, Henry Miller. So was. Henry Miller. Dem müssen wir uns doch gegenüberstellen. Ja, ich mag das auch nicht. Zeig dir so ein großes Baby, Steven. 5 gegen 1. Wir können das tun. 6. Ja, stimmt. Blackjack ist ja auch dabei. 6 gegen 1. Das ist es jetzt. Bringt uns zum Vault, Blackjack. Zeit, um jemanden in die 4-Bohrstaben zu treten. Oha. Bereitet euch drauf vor. Also, wir könnten, äh, Motion Signals bekommen oder nicht. Ich meine, das war jetzt fast zu einfach mit Dave Trap, ehrlich gesagt. Das war viel zu einfach. Wow. Wir sind angekommen. So, das ist der Void, ah? Ja, gemütlich, genau. Ja, Steven, hast recht. Wo ist er? Er ist nahe. Wow, die Stimme ist nicht schlecht. Zeig dich, Dämon. Ja, stopp, du Salmon-colored-funk. Ja, Dave ist halt gleich ganz direkt. Als du willst. What the? So, mein Jailer zurückgeht. Mit 5 Visitorern. No less. Das ist aber jetzt nicht mit Text-to-Speech, oder? Das ist selber, äh, ergerätet worden. Aber richtig cool. Spannend. Was brauchst du von Henry Miller? Der Void Walker. Wohohohohoho. Ah, 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 ah. Genau. Bodenlegen. Nicht mehr bewegen. Für immer. Wir werden... Ja, wir wollen jede einzelne Seele retten. Und alles Falsche wieder richtig machen. Oh, wie amusend. Oh, wie amusend. Wenn du denkst, dass du keine Hoffnung hast, zu retten, meine poor, fragile little soul. Du bist verstanden. Oh, nein. Wir werden wahrscheinlich noch machen, ihn bissel... Verbrübeln. William. Oh, how bitter. Du hast mich endlich gefunden, und du hast entschieden, die anderen zu töten, mich zu töten. Ja? Fancy that. Ich bin sicher, Henry. Mein Gott. Ich habe nur... Was, Dave? You really pulled the wall over my fucking eyes. You know that? I don't know what you did to my head. But... I can't forgive you for what you've done. But what have you done to me and everyone else? This has been a long time coming. What I've done... You helped me. William. Every step of the way. I couldn't have done it without you. Or likely. I could've... Aber er hat ihn irgendwie gebraucht. With another human meat shield. Das ist echt das absolut Böse. Oh, ja. Or, apologies. Whatever you are. You look about as human as the rabbit suit that you use. You are not to wear. I never figured out exactly what you were. But a human. You are not. Ja, er ist derjenige, der über Menschlichkeit redet. Du hast Kinder ermordet. Erwachsene gefoltert. Familien getrennt. Leben ruiniert. Das ist das Ende deines lächerlichen Vermächtnisses, Henry. Oh, what do we have here? A gigantic, soulless, orange infant, two rotary phones, a sock puppet, the purple Muppet baby that the world tried to forget, and the dog of Christmas passed. I am Dr. Henry Miller, and I am going to teach you all what you failed to learn the first time I slaughtered each and every one of you. Wow, also die Stimme, die ist top, hey. Finaler Kampf. Geh's auf den Boden, Miller. Boah, schau dir die Augen an! Deine Fahrt endet hier. Just try and stop me. Okay, du Fotonegative-K9. Ja, wir müssen wahrscheinlich erstmal die Augen zerstören, dann können wir ihn, das ist sozusagen sein Schutzschild. Genau, wir müssen das Ganze zerstören, und dann können wir ihn selber angreifen. Okay, Team, greift es an! Äh, ist glaube ich jetzt erstmal wurscht? Wir greifen erstmal eins am anderen an. Man schaut, wie lange das dauert. Bis eins down geht. Boah! Oh Gott, das wird jetzt interessant. Boah, ich bin gar nicht sicher, ob wir das überhaupt so schaffen. Schaut euch das mal an! Also wir brauchen auf jeden Fall dann Puppets, also die, zum Heilen. Genau. Was hat er? Hm. Ich weiß, der Drain ist, ja, 10 bis 20 Prozent. Okay, das wäre gar nicht so schlecht. Achso. Nee, das ist nicht gut, das wird er dann. Das geht ja auf mich dann. Ja, das ist nicht gut. Ja, mach mal so. Was hat er? Ja, machen wir mal. So. So, lange. Ja, wir müssen auf jeden Fall erst sieben bisschen heilen. Bom, bom. Und geboostet. Ich sollte es von Dave auch machen, dass wir geboostet sind. Das könnte ein langer Kampf werden. Das könnte ein sehr, sehr langer Kampf werden. Dave, angreifen. Heilen, heilen und angreifen. Ich hätte mir echt vorher erlauben sollen. Schaut mal, wie viele die brauchen. Das ist unmenschlich. Ja, das bringt nichts. Wir können Dave nicht, äh, Henry nicht angreifen, solange die anderen da noch da sind. Wir müssen uns immer auf einen fokussieren, das ist wichtig. Ja, weil er hat also sein Schutzschild. Ich prefiere, ehrlich zu sein, wenn es möglich ist. Ist klar. Will er es uns, äh, gegen uns stellen jetzt? Du murfst für nichts. Ha! Jesus! Ich hoffe, das geht noch gut. Greif die immer noch an. Aber greif die weiterhin an. Wow, 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 wow. Wir haben jetzt einen weg. Das ist jetzt doof. Okay, heilen, heilen, heilen und angreifen. Einer muss da umgehen, einer muss da umgehen jetzt. Die haben sehr viele Hitpoints, sehe ich gerade. Boah, gut. Wieder gedraint. Äh, wieder einen weg, so rum. Time to address the other absurd telephone man here. Peter geht down. As if one wasn't enough. Your own family died just to get away from you. Well, that's is böse. You were an orphan. Yes. But that includes your own siblings too. You meant more to the world as a phone-headed boss at a fast food restaurant than you did to your family when you were alive. Boah, das ist echt böse von ihm. Und der nächste Weg soll. Sind wir nur noch zu viert? Peter! Grundgütiger. Nicht zurückziehen. Das ist das, was er will. Unsere Wut pusht uns halt härter. Mhm. Oh, Pines Attack. Äh, ist jetzt raufgegangen. Das heißt, wir machen mehr Damage. Das ist gut. Ach, das kann ich gar... Ach, ja. Can only be used once. Okay, kann ich nur einmal. Alt! Nicht Henry. Nicht. Ja, toll. Äh, war ich zu schnell mit dem Klicken jetzt. Das war blöd. 252! Nice, der nächste Weg. Aber es bringt nichts. Wir müssen den letzten noch wegkriegen. Achtung! Well, Zeit, um das Sockpuppet in der Raum zu beantworten. Die wird sterben. Du konntest nicht einen einzigen von diesen Kindern schützen. Und du bist sicher, dass die Hölle mich nicht wegkriegen können. Du konntest nicht diesen Tag im Diner. Und du kannst jetzt sicherlich nicht. Ich würde dich versuchen, dich zu versuchen. Mach mir auf, wir müssen nur noch den einen wegkriegen. Auf geht's! Bitte! Oh, Herzer. Jetzt glaube ich, ich mach dir ernst. Du satt da und guckst, dass dein altes Vessel von Atrocität nach Atrocität über Atrocität verletzt. Töne Kinder. Alle Lüge, die du wohnst. Und du hattest mich hier, zu retten, mich zu töten, während du die Chance hattest. Oh, es redet auch um Blackjack. Er ist kein Coward. Ja, das war Blackjack. Wie schade bist du? Du hast mir geholfen, nicht? Du hast mich immer geholfen. Aber er hat es gewusst. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hätte. Du hast mein Gehirnwäsche geholfen. Ja, Gehirnwäsche. Du hast mich verletzt. Du hast mein Leben verletzt. Du hattest kein Leben. Du warst immer verletzt. Ich habe nur mit dir gespielt. Ich habe mit deinen Affektionen gespielt. Das ist nicht wahr. Du hast nur so viele Kinder wie ich habe, William. Die gleiche Hölle, die ich verletzt habe, wird dir bald erwartet. Also wir müssen jetzt wirklich zu zweit gegen ihn. Jetzt, um das zu Ende. Wie allein gegen ihn? Folgendes, ja, ich bin jetzt mal kurz der Buhmann. Ich mache dann hier einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das Finale vom Spiel an. Gut, dann sei mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.